Ah, ist das nervig. Ihr merkt, es geht gut voran. Ah, wie dumm. Ist das eigentlich, wenn du Off-Camera spielst? Also natürlich sind die alle Zeiten gleich, aber ist das eigentlich mit der Zeit nervig, wenn man zwischen den Nebenmissionen zum Beispiel hin und her skippt und so? Ja. Ziemlich. Warum ist dann Didi eigentlich weg, wenn ich zurück zu den Plattformen fliege? Mach ich nicht. Ist er geflogen? Also, es stand eben da, es sind Walker-Gears dabei und so ein Hubschrauber, der angreift. Gegenruf. Ich musste dann auch mal ein bisschen ein Auge drauf haben. Hast ja nur eins. Ich muss einfach nur ein Stück laufen, dann kommt das hin. Was? Nur die Meldung. Was für eine Meldung? Mit den Plattformen. Weißt du, das kommt noch mal? Ne, das war eine Hauptmission. Wie kann denn eine Hauptmission dauerhaft gescheitert sein? Ja, vielleicht ist einfach das so gescheitert. Ja, dann geh doch mal so. Ne, ist okay, dann ist es jetzt so. Ich meine, ich bin auch nicht begeistert, aber... das Map hat sich geändert. Ja, scheiße. Tu mir leid. Komm. Detektiv. Das Map hat sich geändert. Heißt, das ist jetzt eine Plattform von uns? Oh, Markus, frag mich doch nicht. Ich dachte, du hast doch eine Meldung gewesen. Nein. Was? wir brauchen nur noch ablust ist unwichtig kann ich eigentlich alle liegen lassen oder tüten eine kamera nein da standen nicht groß steht jetzt unten das war halt voll was du da kann ich muss sein heißes mitbekommen nee ich habe das sind kassen nicht gelesen weil das kath aber Das Ziel kommt mit einem Hubschrauber an und das wird dann in Schussposition, also das ist dann irgendwann in Schussposition, kurzfassend, aber nicht da. Das sucht sich nämlich, äh das guckt sich hier das hier ins Ding an und dann ist es in Schuss, in Schusssicht, Schussfeld, in Schussfeld, in Schussfeld. Vielleicht erst in den Boden? Der Chopper wird in jeder Minute kommen. Schau! Schau! Oh, der fällt runter, ne? Von unten ist eine andere. Das ist noch schön, ne? Schau! Da ist ein Chopper landet. Er muss den Armstealer tragen. Schau deine Augen auf ihn. Unsere intel suggeriert, der Target wird das Land mit dem Armstealer nach der Inspektion. Geh ihn raus, bevor das passiert. Der Fall ist komplett. Oh, ist der so perfekt. Mach lang, lang, lang. Geht noch. Da ist einer. Ähm Vorschlag? Du kannst auf die Dächer hoch. Da kommt einer links, links von dir. Links! Ja, ja. Ja. Der hat bestimmt nen Helm. So wie das aussieht, ja. Keine Scheidung von mir. Was, da komm ich nicht durch? Sagte ich dir doch eben. Na mit was komm ich denn dann durch? Na dann. Dann nochmal neu an die Mission. Die kannst du ja anfangen. Man kommt bei den Leuten da, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist wieder so ein Kopfschutz, wo ich dann irgendwie unten durchschießen kann. Also bei diesen ganz gepanzerten Leuten geht nur Nahkampf. Ja, oder Beine. Für Arme. Oder Raketenschuss. Wenn sie das überlebt hätten, das hätte mich... Wunderbar. Kannst du euch die Kamera ausmachen? Das ist die Target's prädiktive Location. Check all around the Target and plant carefully before moving ahead. The map has been updated. Was kann ich mit den Dächern jetzt noch machen? Aufs Dach. Dann hast du einen guten Überblick. Kann mir nicht ein Auto holen? Da ist es. Das Wortanklage. Also hier könnte ich praktisch ein bisschen rausgehen. Ja, da ist... Pass auf, das Auto kommt jetzt gerade. Das Auto kommt jetzt gerade. Und hinter Situasi. Alle hier hinter dir. Stand weg. Dein Ernst. Da ist einer. Ducken. Hinten legen oder so. Ist schon. Hinten rein. Ja, du bist für alle. Fynn. Stärfel Eben. Aber noch nicht Dings, ne? Außer. Ähm... Nicht... Ne, der stand doch Alarmstarter. Seit Bachs sind. Aber er hat doch weiter geschossen. Karpster. Da ist die Leiter jetzt links von dir. Ich dachte nur, wir sind nicht hier, wenn wir erst auf den anderen. Ey, mir egal, wo du hin willst. Also, ich meine nur, dass es da eine gibt. Kamera? Kamera? Ja. Ehm, halbe Schalter, Frosweg. Schalter, Schalter, Entschuldigung. Speed lasten wenn man von unten. Oh, ich vp ist so unterwegs, dass die Inspektion auf der Tinklage ist. Find another way to locate the target. Soll ich da befragen dann? Hm. Was ist das? Ach, das ist ein Walker-Gear. Ich habe nicht gesehen, wer nicht gesehen hat. Der Bus blinkt. Okay, der kommt hoch. Du kannst dich hinter der Tür verstecken. Und dann muss er eher einen befragen. 2, 3, 4, 5, 6 und der. Lieber hier. Die gehen aber woanders hin. Die kommen nicht her. Ja, die gehen zu deiner letzten gesichteten Position. Wo sind deine Freunde? Spit es raus. Speak. also der hat jetzt nicht so viel gesagt nur was die das beteiligt Keinen zu sein? Bist du der da hinten? Kann überall sein, ist riesiger Komplex. Blöd. Was kann denn überall sein? Ähm, wo der jetzt ankommt, weil der Hubschrauber kommt ja jetzt nicht. Nee, aber du hast doch ne Röte bekommen. Na eben nicht, die wird ja hier... Zum doch mal rein. Zum doch bitte rein. Zielaktionsfeld. Mach doch mal was. Ach da ist ne Röte, so ne kleine, guck mal. Ja. In der Situation. Wartbar für drei Regierer. Es bleibt auch viel Röte. Höchst. Du hast Schaufschützen gehört, ne? Ja, aber dahinter ist ein Walker-Wier. Egal. Oh, da kommt einer. Oh. 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 Den könntest du jetzt ausschauen. Der hat ja hinten stehen. Der rechts von dir kommt ja wahrscheinlich noch mehr. Oh, 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 oh. Echt? Ich will erst die... Ah, gut. Ich mach zu. Schaufschütze vielleicht. Hm, das war's. Da kommst du nicht draus. Oh. Yeah. Der hat nen Helm. Mhm. Okay. Ist der stehen geblieben? Mhm. Der ist ja, jetzt. Oh, scheiße. Okay. Okay. Fuck dann. Ich hab mich verloren. Du musst erst. Aber der sieht dich noch nicht mehr. Bleib ruhig, der sieht dich noch nicht. Anderes, also, also, jetzt wird das stehen. Wir legen da hinten rein, ich dachte das noch, oder? Ja. Echt? Was ist das? Da war auch ein Feind, ne? Also vorsichtig. Verdi, Hutus Blutkamp, Ueli. Der CFD ist beschreit. Das ganze Security-Tate in der Flache. Ich finde den Walker-Ger jetzt nicht mehr, das ist zu auffällig. Du kannst ihn wegschicken. Aber da ist ein... Den hab ich wirklich nicht gesehen. Wer ist das? Was ist das denn? Na ja, was denn? Ja, das ist alles nicht so optimal, ich weiß. Wer ist denn noch ein Feind? Na, einen muss ich übrig lassen, deswegen befragen und so. Zwei, genau. Puppe, ja, ja. Analyse complete. Analyse complete. Analyse complete. Analyse complete. Analyse complete. Der Einzelne, den könntest du ja weghauen. Ja, den hau... also... Befragen. Was meinst du jetzt? Ja, von mir aus auch das. Geht nicht mehr so? Wer hat einen Helm? Der hintere. Jetzt sind sie eben. Der hat Helm. Ja, gut, können sie da umsuchen. Sonst ist ja keiner, ne? Ey, ich weiß nicht. Guck dich doch mal um. Ich meine, einmal einen Kreis drehen, damit wir mal sehen, ob irgendwo ein Zeichen ist. Da ist noch einer betäubt in dem... Ja, aber der... Naja, betäubte wachen schneller auf als eingeschlafen. Da ist dann noch ein Vierer. Ähm, kannst du mal hochgucken? Okay. Ja, da oben ist einer. Auch macht ein Dach. Ja, da. Schüsse. Da. Ja, das sollte hier... Drei sind es nicht. Ja, da drüben ist noch ein Vierer. Hmm, nine walk off. Ja, okay. Ich... 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 Du? Ist das er? Mach eine gute Gute an der Gesichter, damit wir die Angelegenheiten IDen können. Schuss das hier runter und ist der vielleicht? Achso. Oh. Naja, ich weiß. Ja, okay, schieß. Na? Ja, es ist halt lieber, es geht alles nicht so schnell. Ja, jetzt geht er zum Walker, wir. Ich würd weg sein. Schade, ein Schuss war richtig gut und der war nicht so gut. Ja, den treff ich jetzt nicht so gut. Jetzt ist es auch der Schalldecker weg. Das ist alles gut. Was will ich damit? Mach die doch jetzt! Alter! Was ist das? Was ist das? Schade einfach weg. Naja. Jetzt ist er gefecht. Was ist das? Ja. Ja. Ich weiß nicht, das ist. Ja, die sind nicht gleiche. Was? ja ich darf nicht sehen dass der ich habe es nicht gesehen das ist auch ein fenster und eine tür nein der steht nicht auf Du sollst ja nicht aufstehen schießen, du musst nicht aufstehen. Erstmal wieder eine Folge, weißt du, er will... Nein, ich will nix klappen. Oh, ist das ärgerlich.